moin moin meine lieben was geht ich bin's wieder heuer bin ich im start mit einer weiteren folge hofbeckmann heute geht's ja die kollegen sind schon fleißig wieder am arbeiten ne heute geht es an den hafer auf feld 3 hier den hafer der wird abgerollet hofbeckmann gehäckselt und wir ernten jetzt schön haufer ich denke 2 grad holten hauen wir hier weg vielleicht sogar vier die arbeit so 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 natürlich alles mitnehmen so 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 der abfahrer steht auch schon bereit so 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 Das können wir noch sehen. Jetzt haben wir gleich schon 50% drin. Passt, wunderbar. Ja, jetzt muss ich noch mal trinken. Ich habe jetzt am Wochenende mal einen Boom angezockt, in der Kampagne erstmal, damit ich überhaupt nicht das Spiel überhaupt reinkomme. Ist auf jeden Fall cool. Mein einer Kollege hat das auch, vielleicht will ich das auch mal mit ihm zusammenzocken. Mal schauen, das darf auch noch gehen. Da kann ich auch noch nicht drücken, stauben tut das auch ordentlich. Oh, denn wie? So. Wir haben schon über 60% von Kontrollen. Also ich stecke mal, wir kriegen hier gut was von was. Ich kann aber mal gucken, wegen den Preisen. Hier bin ich jetzt in Horfer. Ah. Die 677 beim Pferdehof. Aber vielleicht kriegen wir noch mehr. Keine Not. Dann lagern wir noch mal rein. Ist ja auch kein Problem. Wenn ich jetzt auf der Langseite fahre, bin ich hier hoch und runter fahre. Das ist ja auch so ein bisschen lang. Aber ich kann auch mal sehen. Ich fahre hier hoch und runter fahre. Okay. Nicht schön. Scheine Not. Ja, ich werde wahrscheinlich ab nächster Woche jeweils einmal die Woche streamen, Hofbeckmann und zusammen. Ich glaube, da check ich auch mehr auf. Normale Videos, die letzten vier, die haben null Aufrufe. Vielleicht sollte ich das einfach alles nur streamen erst. Erstmal. Dann werde ich das. Dann werde ich die Hofbeckmann, bisschen an, auf YouTube streamen. Dass mir die Funken hier weiter geht. So, und vielleicht dann auch auf Alltag Simulator. Zwischendurch dann immer streamen. Auch hier auf den, auf den YouTube channel. Ja. Und die Notwegemarge, die letzten auf den, auf Twitch, die streamen. Das ist ja auch so. Ich kann das gar nicht. Schauen wir mal. Naja. Wir geben hier Feuer frei. Okay. So. Jetzt gleich Pool. Okay. So. Abfahren einmal, bitte. So. Abfahren einmal, bitte. Zweimal. Dreimal muss ich bestimmt mit, mit ihnen hier zum, ab, zum Bunker fahren. Und abtanken. So. Ja. Wie kann ich jetzt nicht? Dann gucken. So, wir stehen da auf den Boden. Okay. So. Ja, keinen Anschluss von den. Es ist auch nicht. Wie ist ein Tiere? Ja schade, dass der Co-Fray hier nicht funktioniert, ne? Nee, eigentlich. Aber die Single-Fray für Co-Fray ist doch ein bisschen besser, als man hier an will. Man muss den ganz gewöhnlichen Drescher abfahren. Jetzt probieren wir den Drescher drin. Und weiter geht's mit dem Hafer. Abonniert uns nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So geht der gut weg, die Maschine läuft wunderbar, ertragt und ich glaube, der geht auch häufig und sehen lassen, guck auf, nur mehr, ne? Da fahr ich jetzt doch gerade runter. Stauben tut das auf jeden Fall gut. Das wird immer schon mal bezeichnen, dass es gut staubt. Für trockenen Hafer. Wenn ich dann wieder im Bus bin, dann werde ich auch die ehesten Tiere mir anschaffen. Ich muss mal gucken, was. Das könnt ihr ja auch in den Kommisschreiben. Ich denke mal, wenn ich das Livestream nehme, dann muss mal gucken, ob ich dann zweimal die Woche, wie die Folgen auch kommen. Einmal die Woche, dann jeweils eine Stunde oder eine halbe Stunde. Das muss ich nochmal sehen. Ab nächste Woche wird das wahrscheinlich so gut gehen. So. Auf jeden Fall guter Peck hier. Wir nutzen auch gerade die Vollarbeitsbreite auf, wie man sieht. So. So. Hat er wieder gekratzt. Okay. Ciao. Boah! Na ja. Hopp! Dann werde ich das nämlich immer so machen. Dann werde ich schon etwas vorbereiten für die Streams. Und dann, was du in den Beginn? Hey, ich kann es nicht mehr machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, da geht's. Ja, der haut gut was weg. Definitiv. Da 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 da. Trusher trusher trusher. Trusher trusher trusher. Trusher trusher. Vielveld. Op het legje. Obwohl der Troak kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Vier Bauernabteilung, vier Bauernabteilung. Oh, die brauchen wir eigentlich ja nicht anmachen. Die brauchen wir auch nicht mehr. Die brauchen wir auch nicht mehr. Die, die hier otrocher nennt. Nervig. Jetzt 10. tail B Thatcher ở bên nossa família. So ist das nur amok. Auf 50% schon wieder. Gut, dann fahre ich die Baum noch zu Ende. Dann fahre ich zurück, Tank ab und dann war das für die Befolge. Dann fahre ich zurück. 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 Schöne Tageswochene und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Benni auf meinem Kanal Hamburg Next Player. Tschüss.